Hallo Leute, ich hatte euch vor einiger Zeit auf meinem Instagram-Account gefragt, was ihr denn so gerne wieder für YouTube-Videos bei mir sehen wollen würdet. Und da kam häufig der Vorschlag, Gina, mach doch mal ein Fakten-Video. Und ja, hier sitze ich jetzt. Ich habe mir die häufigsten Fragen, die ihr hattet oder Wünsche, was ihr gerne wissen würdet über mich, habe ich mir zusammengeschrieben. Und dann fangen wir jetzt auch mal an. Wie ist dein ganzer Name? Mein Name ist einfach nur Gina Lückenkämpfer, heißt ich habe keinen Zweitnamen, weil, seien wir mal ehrlich, der Nachname Lückenkämpfer ist schon lang genug, da brauchen wir keinen Zweitnamen noch mit der Leute zu packen. Dein Geburtsdatum? Ich bin am 21.11.1996 in Hamm geboren, allerdings dann in Wälder aufgewachsen. In Hamm habe ich also nie gelebt und wohne allerdings schon seit sechs Jahren jetzt in Soest. Allerdings muss man dazu sagen, dass ich mehr oder weniger aktuell überall in Deutschland lebe und zwar da, wo ich gerade bin. Aber meinen festen Wohnsitz habe ich hier im wunderschönen Soest. Dein Alter? Da ich 1996 geboren bin, bin ich aktuell 22 Jahre alt, werde aber dieses Jahr noch 23 Jahre. Deine Größe? Ich bin 1,70 Meter groß, auch wenn man es manchmal kaum glauben mag. Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder, einen älteren Bruder, er ist viereinhalb Jahre älter und sein Name ist Marius an dieser Stelle. Hi Marius! Single oder vergeben? Ich bin glücklich vergeben und das auch schon seit einer ganzen Weile. Dein Schulabschluss? Ich habe zuerst eine Realschule besucht und habe meinen Realschulabschluss 2013 gemacht und bin danach auf ein Gymnasium gegangen und habe auf dem Gymnasium dann noch mein Abitur hinten dran gehangen. Das heißt, mein höchster Schulabschluss ist aktuell das Abitur und dann geht es auch schon direkt weiter mit der nächsten Frage Berufsstudium bzw. Plan B. Ich studiere seit Oktober 2016 an der Ruhr-Universität in Bochum Wirtschaftspsychologie im Bachelor. Das ist ein Studium, was mir wirklich sehr, sehr viel Spaß macht und was ich sehr gerne mache. Allerdings sei dazu gesagt, es ist nicht immer ganz so einfach, weil ich halt einfach fast nie da bin und fast nie die Möglichkeit habe, zur Uni zu fahren, was dann doch ziemlich tricky halt ist. Und ansonsten berufliche Tätigkeit neben dem Studium. Ich bin Sprinterin, also das Sprinten ist tatsächlich aktuell mein Beruf. Ich bin also einer der glücklichen Menschen, der sagen kann, ich habe meine Leidenschaft zu meinem Beruf gemacht. Gibt es einen Plan B? Mein Plan B ist ja mehr oder weniger mit das Studium. Also so einen fixen Plan B, dass ich sage, wenn von jetzt auf gleich Ende wäre mit der Leichtathletik, aufgrund einer schlimmen Verletzung oder was auch immer. Ich sage mal, klopfen wir mal auf den Holzkopf in der Hoffnung, dass sowas nie passiert. Aber dann hätte ich auf jeden Fall noch das Studium und dann würde halt aus meinem Studium ein Vollzeitstudium werden. Und ja, dann würden wir weiterschauen. Frühaufsteher oder Langschläfer? Schwierige Frage. Also eigentlich so teils, teils, wobei ich sagen muss, dass ich ein großer Fan davon bin, einen einigermaßen geregelten Tagesrhythmus zu haben. Von daher geht mein Wecker eigentlich so ziemlich jeden Tag um 7.30 Uhr. Aber ich würde das jetzt nicht unbedingt als Frühaufsteher bezeichnen. Wobei mein Wecker halt auch am Wochenende um 7.30 Uhr geht. Manchmal auch sonntags, je nachdem, wie ich da jetzt gerade halt drauf bin. Beziehungsweise manchmal bin ich halt auch einfach so dann Sonntag schon um diese Uhrzeit wach. Aber im Normalfall geht mein Wecker eigentlich jeden Tag um 7.30 Uhr, ob ich jetzt im Trainingslager bin oder zu Hause bin. Das ist bei mir halt Standard. Ich habe tatsächlich erst seit knapp einem Jahr eine Brille. Also ich habe mir im April 2018 eine Brille geholt, weil ich einfach festgestellt habe, dass ich in gewissen Situationen immer so das Gefühl hatte, dass ich etwas wirr im Kopf bin, wenn ich mich mit meinen Augen, also wenn ich mich stark auf mein Sichtfeld konzentrieren musste. Und da habe ich mir gedacht, da kann doch was nicht stimmen. Und ja, da haben wir tatsächlich bei festgestellt, dass ich rechts eine leichte Hornhautverkrümmung habe auf meinem lechten Auge und weitsichtig bin. Und deshalb habe ich seit 2018 im April eine Brille und damit auch die zweite Frage dazu noch direkt geklärt. Kurz oder weitsichtig? Weitsichtig. Was befindet sich in deinem Kofferraum? Im Normalfall befindet sich in meinem Kofferraum immer mein Startblock mit mittlerweile auch Schaumbalken oder wie wir sie im Training immer nennen, Pommes. Und ein Klappstuhl fürs Training, damit ich halt einfach so trainingstechnisch immer alles mit dabei habe. Wann und wie bist du zur Leichtathletik gekommen? Ich habe mit sieben Jahren mit der Leichtathletik angefangen und das Ganze kam dadurch, dass ich als Kind schon immer gern draußen war und viel gerannt bin. Wind und Wetter waren mir eigentlich so ziemlich egal. Also wenn es geregnet hat, ja mein Gott, dann habe ich mir meine Regenjacke mitgenommen. Hauptsache ich war draußen und Hauptsache ich konnte mich bewegen und konnte rennen. Und dann haben meine Eltern mich halt gefragt, ob ich nicht einfach mal Leichtathletik ausprobieren möchte. Und man muss dazu sagen, ich war damals tatsächlich echt leicht für Dinge zu begeistern. Und dann bin ich halt bei der Leichtathletik gelandet. Also ich habe das Training ausprobiert und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das macht mir auch heute noch nach wie vor echt viel Spaß und deswegen bin ich dann halt einfach immer am Ball geblieben. Und dann hat sich irgendwann halt eins zum anderen entwickelt. Was sind deine Schwächen und Stärken? Eine ganz große Schwäche von mir ist, glaube ich, meine Ungeduld. Gerade halt auch im Training und ich sage mal, ich bin im Training sehr perfektionistisch, was auf der einen Seite positiv auch in Stärke sein kann, auf der anderen Seite habe ich halt aber auch noch mit in meine Schwäche, die Ungeduld halt mit reinspielt. Wenn etwas nicht gut läuft im Training und ich das halt nicht direkt auf Anhieb richtig umgesetzt bekomme, dann bin ich halt schnell frustriert und sauer auf mich selbst und hadere da halt wirklich viel mit mir. Und ja, das raubt mir dann halt auch manchmal den einen oder anderen Nerv, beziehungsweise halt auch hin und wieder meinen Coach. Sorry, Uli. Ja, also meine Ungeduld ist, glaube ich, definitiv meine größte Schwäche. Meine größte Stärke aufs Training bezogen ist auf der anderen Seite, glaube ich, die Tatsache, dass ich Dinge ziemlich schnell umsetzen kann, wenn man sie mir sagt. Das heißt, wenn ich eine Übung ausführe und ich habe da irgendeinen Fehler mit drin und mein Coach sagt mir, Gina, hier, du machst das und das gerade scheiße, du musst das so und so machen, dann kann man zu 100% davon ausgehen, dass man bei meinem nächsten Versuch der Übung definitiv eine Veränderung sieht, in die Richtung, in die es gehen soll, wenn ich es nicht sogar direkt dann sofort schaffe, die Übung dann halt wirklich gut auszuführen, sofern ich die Übung denn halt schon kenne. Bei neuen Übungen ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger. Dein Pferd. Viele von euch wissen es ja wahrscheinlich durch meine Storys, dass ich reite. Ich reite seit meinem fünften Lebensjahr, habe sogar auch noch zu meiner Reitlehrerin von damals Kontakt. Da bin ich auch sehr froh und dankbar für. Und den Picasso habe ich seit Oktober, nee, September 2016. Da ist er bei mir eingezogen. Ich habe ihn im März 2016 das erste Mal bei seinem Züchter gesehen, als ich da zu Besuch war, um ein anderes Pferd zu besuchen. Und den Züchter kenne ich auch schon seit ein paar Jahren. Und es war lieber auf den ersten Blick. Also ich hatte eigentlich nie geplant, mir während meiner aktiven Karriere ein Pferd zu kaufen. Aber ich habe den Pekki gesehen und ich habe gewusst, der ist es und kein anderer. Und ja, jetzt lebt er seit 2016 bei mir und hat, wie ich finde, doch ein echt glückliches Pferdeleben, weil er viel Zeit auf der Koppel verbringen kann mit seinen beiden Jungs, mit denen er da regelmäßig ein Feuerwerk auf der Koppel abfackelt. Also die haben eine Menge Spaß zusammen. Allerdings habe ich da noch nie wirklich das Glück gehabt, dass ich das auch selbst mal sehen konnte. Das wird mir immer nur von allen Seiten berichtet. Ja, also so viel zum Thema Pferd. Der Pekki ist übrigens jetzt diesen Sommer sieben Jahre alt. Was war dein erster internationaler Wettkampf? Meinen ersten internationalen Wettkampf habe ich im März 2012 in Frankreich gehabt. Also das war mein erster Start, wo ich das Deutschland-Trikot für tragen durfte. Ein sehr, sehr stolzer Moment. Ich habe auch immer noch die Startnummer davon. Die steht sogar da vorne, deswegen gucke ich da gerade rüber. Also sorry dafür. Und zwar war das in Frankreich bei einem Länderkampf in Valderöy. Das war Deutschland gegen Frankreich und Italien. Bei diesem Länderkampf habe ich sogar tatsächlich auch Rebecca Hase kennengelernt. Aber damals hatten wir noch nicht ganz so viel miteinander zu tun. Wir sind allerdings 2012 dann schon zusammen eine 4x2xBeta-Staffel gelaufen. Und das war meine allererste Staffel überhaupt. Und ich durfte sofort in einer 4x2 an Position 2 laufen. Bedeutet, ich durfte direkt reinrennen. Yay! Ich glaube, wir sind mit der Staffel damals als zweiter ins Ziel gekommen, oder als dritter, weil man unsere Schlussläuferin umgenietet hatte. Ja, die hatte einige Schürfwunden in die Arme. Also das war echt ein verrücktes Rennen. Hattest du schon als Kind den Wunsch, Leistungssportlerin zu werden? Nein. Ich habe mir früher eigentlich immer vorgestellt, dass ich mal Lehrerin werde. Ganz früher sogar Grundschullehramt. Also dass ich Grundschullehrerin werde. Das hat sich dann mit der Zeit geändert, dass ich immer gedacht habe, boah, oder vielleicht doch lieber an eine weiterführende Schule. Weil Leistungssport für mich halt auch einfach nicht wirklich planbar ist. Also auch jetzt nicht. Wenn ich Fragen bekomme, wie schafft man es, mit dem Leistungssport anzufangen, und ich sage, das ist nicht so einfach, wie sich viele Leute das vorstellen. Um im Leistungssport wirklich Fuß zu fassen, braucht man auf der einen Seite den Willen und die Stärke halt auch einfach zu trainieren. Aber dazu gehört dann halt auch zusätzlich natürlich noch ein bisschen Talent halt mit dabei. Und jeder hat halt seine Stärken woanders sitzen. Und der Leistungssport war für mich halt echt nie planbar. Und das ist halt einfach passiert. Also ich bin da einfach irgendwie reingewachsen. Aber es hat mir schon immer eine wahnsinnig große Freude bereitet. Und es hat mir schon immer Spaß gemacht. Und ich würde es auf jeden Fall nicht missen wollen. Und dann die letzte Frage. Autogrammwünsche. Wenn ihr einen Autogrammwunsch habt, dann könnt ihr einfach einen frankierten Rückumschlag an Gina Lückencamper Postfach 1525 in 59494. So ist es schicken. Dann für alle die, die bis hierhin tatsächlich zugeschaut haben, vielen Dank dafür. Und macht's gut und bis bald. Dann anruhe die bis zum und bis bald. Bis zum nächsten Mal.